An einem Flughafen treffen sich drei unterschiedliche Leute, die sich auf Anhieb gut verstehen. Hallo, ich bin Borja Navar, Vitali Diswa. Hi, ich bin Tatjana Maroschka. Und ich bin Carla Sanchez. Wo wollt ihr alle hinfliegen? Ich fliege nach Afrika zu meiner Familie. Ich fliege nach Russland, zu meinem Vater. Und ich besuche in Spanien meine Fester. Die Leute verstehen sich gut, obwohl sie alle anders sind. Wie ist eure Kultur? Bei mir ist es so, wir tragen immer blaue Sachen. Unsere Familien sind sehr groß, weil unsere Mütter viele Kinder bekommen. Bei uns ist es so, wir tragen immer schwarze Kleidung mit einem Hut. Und unsere Hauptfarbe ist grün, daher tragen wir selten andere Farben. Haha, und wir sind immer gut gelaunt, weil bei uns jeden Tag die Sonne scheint. Ihre Kultur ist anders, aber eigentlich sind wir alle gleich. Ah, ich sehe, mein Flug kommt gleich. Bye, bye. Ah, ich sehe. Ich muss jetzt leider zur Sicherheitskontrolle. Adios. Do-Svidani. Ja.